So und da sind wir in Schottland, 8. Kapitel, das Grab von Henry Avery, the Grave of Henry Avery. So und da sind wir in Schottland, 8. Kapitel, das Grab von Henry Avery. Ich bin ziemlich sicher, dass er bereit ist, um mich zu töten, um mich zu töten. Ich denke, was er will mit dir jetzt machen will. Ja, versuchen nicht zu. Ich denke, was er will mit dir jetzt machen will. Ich denke, was er ist nicht so, dass er mit ihm ist. Ich denke, was er ist nicht so, dass er mit ihm ist. Ich denke, was er ist nicht so, dass er mit ihm ist. Ich denke, was er ist nicht so, dass er mit ihm ist. Ich denke, was er ist, was er ist? Das ist die Anzeigenzierung. Die Anzeigenzierung? Was? Die Anzeigenzieren! Die Anzeigenzieren! Guck mal! Die Anzeigenzieren! Okay, wir sind gut. Ja, gut zu treffen, Shoreline. War doch gerade ein Reh, ich hab's doch gesehen. Wo ist das? Wo das ist ein Spirit-Animal wie in Life is Strange. Da weiß ich's. Monks hat mehrere Lebensquartner. Der Hauptsache ist natürlich bei der Graveyard. Location, Location, Location. Wann Shoreline-Equipment? At least no Shoreline-ers. Maybe we'll get lucky and they'll blow themselves up. Okay. Okay. Das war's für heute. Jetzt, was du betest? Ja. Dynamite. Hey, be careful with that stuff, huh? Hey, got the door open. That was... ...very loud. Hopefully they didn't hear us. Hopefully we just blend in with the other explosions. Look, there's a way up through the roof. It's too high for a boost, though. Oh, let's find something to climb on? Yeah. It's good. Oh, shit. Okay. Hey, was about this? Hey, we can use this to climb out of that building. Oh my God. Ich bin das. 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 Ich bin das gut. Ich habe vieles Geld auf die Jahre. Ich bin das. Schwenker, bleib. Ich bin das. Ich gehört das Mann. Was die novige Leute 이상ig betreibt? 等 mich auf das andere Seite zu sehen. Shootern. Höre hier. Eineilige Würfe! Look up! Dynamo! Ja, das wird schon viel Spaß gemacht. Hey, find our target! Damn it! Schuss, schreit! Schuss, schuss! Schuss, schuss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 There, come on, let's go Warum nicht auch mal sterben? Bei den Shootouts sterbe ich meistens nicht, aber hier beim komischen Rumfangeln Got it Oh, careful Oh, cool Oh, cool All right, you think you can do that? What are you talking about? I taught you that move All right, let's see it then You see? That was clumsy Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, kommen wir da hoch oder wollen wir da runter? Okay, so geht's auch Wie kommen die Els hier hoch? Das will ich sehen Gar nicht Was ich hier überhaupt hoch? Sam, there's a ladder just out of reach Hey, hold up, I'll come over Wie machst du das jetzt? Ach, der war's genauso Zurückschwingen und zeig hoch All right, give me a boost Come here, I'll pull you up All right, there it is Amongst Dorm Yeah, those are fun Unquote Down we go Burn's a little Those are fun I could do this all day Shh, why? You go where the money leads you That's cold It gets colder I'm gonna take a leak while you educate our young recruiter So, what happened next? Did you put down the revolt? With our help, he kept it at bay Oh, nice Oh, nice That is it Oh, nice That is it Oh, nice You two done You two done prepping the site Cemetery's ready for rich poison They're not slowing down, are they? They're not slowing down, are they? You're afraid he wants the result She wants them yesterday Have they found anything? I heard they uncovered some stuff Well, I don't know the details I think that's what you do I think that's what you do I think that's what you do und ausgaut hat man den entscheidet vorher so nicht gehabt es Das war's. Das war's für heute. 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 Oh, wir haben eine goldene Pistole. Oder links unten sieht man ein goldenes Symbol. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Glaubt man schon. Die haben wir ja ganz gut fertig gemacht. Ähm, so. Stealth-mäßig. Nicht alle, leider. Okay, wo geht's jetzt weiter? Hier, oberen. Ja. Ja. Das war's. Oh, 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 oh! Oh, we're not gonna jump this ravine gonna need to find another way around Oh, this gold gun is very effective one shot one kill We only have three of them You Ah, I wanted to take a photo, now we're gone away, no matter what Let's go up das schlau war darüber springen und dann ich hoffe überhaupt nicht wo ich jetzt sagen muss hier kann ich nicht rüber und nur hier runter noch mal bestimmt nicht müssen ja da ich schon hier hoch muss wahrscheinlich doch da über diese pfeiler springen hier anfangen wo sind wir denn hier runter geschlittert nur um dann wieder hoch zu laufen hier steht ja auch schon hier so ist es ein zeichen dass wir hier lang müssen und jetzt ach da ist ja schon die cathedral ok das ist wirklich der weg vorbei ok das sieht ein bisschen komisch aus was funktioniert ja 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 sind wir doch wieder hier was hat uns das ist gebracht gar nichts ja allerdings verstehe ich nicht ganz aber probieren was halt auch noch mal sind hier keine gegner mehr da die uns aufhalten kommen wir immer bloß in wellen zigzag hat er gemeint okay also jetzt ist es ist eigentlich nicht so ich bin jetzt schon hier ja ich weiß ja ich weiß ich bin hier unterwegs ich bin hier unterwegs also hier wieder zurück und dann wie hier dann hoch aber da waren wir auch schon ja wir sind doch jetzt hier oben was will denn der typ ja ich probiere einfach mal was aus hier rüber okay das geht gut hier müsste es sein hoffentlich da waren noch wieder gegner oder hab ich da was gehört schön wie es hier so ein bisschen zu schneiden anfängt sie kommt nach oben Drugged! Ha! Das ist das! Oh, endlich! Oh, no! Ja, aber wirklich, immer dieses Rumschlittern! Das nervt mich ein bisschen. Aber jetzt, es schneit immer weit und immer mehr, das ist echt nicht gemacht, umso weiter man hochkommt, umso mehr Schnee fällt! Ähm... Was? Schlafraumtor? Was ist das für eine Übersetzung? Okay, da müssen wir hoch! Wie kommen wir denn da hoch? Hier rüber! Gut! Und dann links! Hoch! Zieh dich hoch! Mach da nicht! Muss man immer rundherum, oder? Hä? Okay, jetzt geht's! Hätte ich mir mal ein Schirm mitgenommen! Okay, und jetzt? Okay, jetzt hier runter, du hast Skispringen! Okay! Okay, jetzt hier! Ah, verstehe! Und dann mit... unseren Zeil! Oh! Ah, ist doch gut! Ich schau mal kurz in den Chat rein! Ja, let it snow! Et das ist einfach! Ja, jetzt geht's! Oh, jetzt geht's! Oh! Und dann geht's! Ja, wir sind. Jesus. Schau mal an diesen Ort. Willkommen in der St. Dismas Dormitory. Der letzte Reste des Henry Avery. Schauen wir das Schiff. Nathan, schau mal. Dieser hat ein paar Cutlass. Das ist wie die Schrauben von der Krasse. Die Daten sind nicht richtig. Na, eine Schrauben und viel zu gehen. Okay. Krasse Cutlasses, Skull und Crossbones, und die Daten 1659 bis 1699. Wir finden eine Tombstone mit allen drei, und wir sind in der Arbeit. Na, wir werden ein paar Krasse. Schepard. Das ist doch hier eine Anspielung. Nicht an Mass Effect, aber an eine andere Sony-exklusive Serie, die auch für die PS4 geremakt wurde. oder ein Spiel, das für die PS4 geremakt wurde. Ich sag jetzt nicht welches Spiel, weil das würde dann ein Spoiler sein für das Spiel. Es ist aber auch ein sehr story-intensives Spiel. Das ist glaube ich gerade eine Anspielung drin gewesen. Oh, ist Steven Hawkins. Da haben wir einen Skull, aber wir haben kein, äh, nicht gekreuzten Entermesser. Hier ist auch wieder nur ein Skull. Vielleicht ist es hier weiter hinten. Oh, da sind das viele. Hier. Oh, die Säge sind. Let's see. Nope. Bad Dates. Bad Dates ist korrekt, aber die Säge sind nach unten. ja. 1, 1. Also wir brauchen einen 1659 und 1699. Gekreuzte Schwerter, die dann so sind und dann noch das Piraten-Symbol. Also ein Totenkröner. Memento Mori. Remember you will die. That is a fact. das ist jetzt ein gesuche stimmen die messer so wie sie sind also die schwerer die schwerer stimmen es ist ein roten kopf und das datum seh ich nicht das ist es so wie sie Ja und was wir hier finden, seht ihr im nächsten Teil, um die Spannung aufrecht zu erhalten, dann schauen wir rein in Averys Grabstätte.